Satisfaction mit Eva Pitter. Einspringen hat sie hier schon gewonnen am Freitagabend mit diesem Pferd. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einer in Lyon am Fernseher sitzt und guckt, nämlich ihr Freund Marco Kutscher. Weiter Weg, aber sie rettet schön vorwärts. Und auch hier lässt sie sich ein bisschen Zeit, aber auf den Strecken macht sie Tempo. Da, wo galoppiert werden kann. Glück! Die Stange klemmt noch. Oh, jetzt aber. Hu! Da hat sie es aber fliegen lassen. Hat sie es aber flattern lassen. 37,88. Ein außerordentlich eingeteilter, cleverer Ritt von Eva Pitter, die jetzt richtig gut vorgelegt hat mit Satisfaction. Die Führung im großen Preis übernommen hat. Da sehen Sie, wie die Stange auf Ecke Liegenblatt rechts in der Auflage noch klemmt. Ein bisschen Glück gehört dazu. So ist es einfach. Und schauen Sie mal, wie sie lächelt. Muss man bedenken. Satisfaction. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.